Hallo Freunde, hier bin ich ein Burkowinder und wenn ihr Interesse habt, kommt noch was dran. So Freunde, wir sind langsam Leute, weil hier ist bergab. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier oben sind. Wenn das hier laut ist, sieht man ja, hört man ja, hinter vorne und ab. Und noch ganz eng, jetzt müssen wir gucken, ich bin in der Klette. So, hier geht es bergab immer, bergauf, drüben, hier steigen. So, Freunde, hier hinter mir, sieht man den Bach. Es gibt noch ein bisschen, wir haben ihn auch fertig. So, Freunde, hier hinter mir sieht man den Bach. So, hier sind wir oben. Und hier ist eine Aussicht. Oben, tolle Aussicht, kleine. Toll, hier oben. Na ja. Gucken, wie es hier ausgeht. Tolles Wetter haben wir heute. Mit den drüben, andere Seite schön. Und hier ist ein bisschen knäblig, aber macht nichts. Es ist nicht knäblig, Sonne. Und hier ist die Purkerine. Und da gehen wir nachher hoch. Hier oben gehen wir nach Purkerine. Schönes Wetter hier oben, kann man richtig ausnutzen. So, Freunde, jetzt geht es hoch, Richtung Purkerine. Ich muss es langsam machen. Jetzt geht es hoch, Stück für Stück. Ich muss mich festhalten, weil es ist ziemlich anstrengend. Und ich muss euch zeigen. Ja, das ist sehr anstrengend. Ja, das ist sehr anstrengend. Ja, okay. Stück für Stück. Ich muss mich festhalten, weil es ist ziemlich anstrengend. Anstrengend bis zum Ohrmisch. Ja, hoppla. Ich muss eben gucken, nach der Treppe. So. Hier. Oben ist toll. Eine Aussicht. Puh. Ja. 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 So, Leute. Hier geht es rein. Ich muss immer wieder ein Stück. Ja. Auch wieder langsam machen. Hier geht es noch. Hier ist es dunkel. Es ist gut. Aber es ist anstrengend. Aber es ist anstrengend. Aber ich mache es halt gerne. Weil ich da frei. Und ich arbeite. Na ja. Egal. Egal. Stück für Stück brauche ich halt auch. Oben. Hier ist es angenehm. So. Entschuldigung nach dem Schnaufen. Weil das ist anstrengend. Treppe hoch. Aber Michi hat es bald geschafft. Wow. Na ja. Es lohnt sich Leute. Hier hochkommen. Und. Das meine ich. Hier hochkommen. und die hochkommen. Die Leute. Sie sind nicht. Oh. Oh. Oh ja. town. Wir schauen uns die hoch. Bis die hochkommen. So Leute. Ich habe es geschafft. Bis gleich. So, Freunde, Dankeschön an Christian, der ist der Mission und Stütz für das Video. Kein Problem, kein Problem. Und es kommt auf mein Video. Lasst euch überraschen, was als nächstes kommt. Bis dann. Gruß an Christian und allen, die uns gut mögen. Bis dann. Ciao. Hallo, Freunde. Und danke mal für die 60 Abonnenten, für die für euch, die Luftballon fliegen. Danke, danke. Ich lasse sie hochsteigen. An euch alle. Boah, Scheißfeld. Ciao. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.